wir sind hier immer noch in der story von pina coni und ja wir sind hier weiter in diesen das wäre in diesen diesen örtchen wo wir sind bevor wir uns sonntag hergestellt haben wir mit sonntag geredet er ist ja der super bösewicht jetzt hier von den ganzen von den ganzen konzert hier im moment und keine ahnung irgendwie so ein kleine rückblende gemacht so währenddessen tausende jahre vorher und jetzt sind wir hier passiert ist wir haben den ohrmacher getroffen welcher ohrmacher ohrmacher ich ohrmacher irgendwas nicht ohrmacher oder ohrmacher wache und ja mich hat sich ausgestattet wäre dass er der ohrmacher ist in möglichkeiten eine kleine pagen junge oder irgendwie verwandt ist mit dem anderen alten mann da und ja er hat uns gesagt wir sollen ihm erfolgen und dann mach auf und weine erreicht das ende des langen traums okay naja wir werden mal sehen wir waren glaube ich kurz davor sonntag uns sonntag hier die antwort zu geben aber jetzt haben wir diese rückblende hier und spielen sozusagen weil nicht was irgendwie zu unserer entscheidung hier verleitet hat nämlich an und ja gucken wir mal was hier alles auf sich hat mit sich gut mich als hier reingang wir sollen dem folgen glaube ich und guck mal jetzt die rittler was kommt jetzt das ist ja der die Das war's für mich. da oben links hat den hut auf dem wir hier sehen so ein bosskampf forschau nehme ich mal an im eventmenü gespielt haben wir hier noch nie wo er sich das so und wie sie sich das so ist es so gut aber ich habe es nicht schon dass ich das so dass ich das so dass ich das so ich habe auch das so ich habe auch das so ich habe auch Das war's, Amunzen. Ich habe noch eine richtige Zeit, und ich habe noch eine richtige Zeit. Deshalb habe ich noch etwas anderes gemacht. Du, in dem ich zusammen mit mir arbeiten. Du hast immer noch die Fahrrad zu machen, oder? Du bist von heute als Fahrrad zu machen. Du hast mich mit dem Fahrrad zu machen. Ich habe mich noch nicht um die Zeit, aber ich weiß, dass ein Wunderschöne Weg sein muss. Ich werde mich nicht vorstellen. Ich werde mich von einem anderen zu verstehen, und ich werde es nicht mehr empfehlenschen. Ich werde dir das, was ich? logon doch nicht nur so zugegeben ob die kirche schützt wird sie kann da buch war ich kann eigentlich das ist jetzt mich an dieser legwork typ oder oder seit immer noch der lecker war der andere ohrmacher der opa oder die basieren ja alle auf echte leute die ganzen karton kakke Den Not, den kriegen wir, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich die Welt der Welt der Welt der Welt. Ich habe nur einen alten Pinoconi, der alten Pinoconi ist. Ich habe keine Grund, warum ich? Ich habe nur einen Teil von dir. Ich habe keine Ahnung, dass ich die Tierna忘le. Die Gingas sind sehr gefährlich, und wenn ich mich verloren habe, wenn ich mich verloren habe, wie es die Pinoconi ist? Das war's für mich. meine ich kenne mit der mitte verändert sich erstmal er ist alte mann immer gesehen genau Du, was sollst du tun? Gehra, Gehra, Gehra. Gehra, 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 Gehra. Ich habe nur ein tolles Ideen gedacht. Willst du dich? Gehra, bitte! Deine Ideen ist nur ein eigenes Leben zu sehen. Herr, ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht gesagt habe, aber ich glaube, dass du Pinnokonien, nicht nur du bist. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, oder du, dann kann ich mich nicht mehr sehen. Also nicht. Ich habe keine permetten, dass nicht die Pinnokonien, also nicht. Deswegen muss ich ausdenken. Ich will, ein Räuber ein Böden. Ich wille die Räuber, anbieter, und alle Konferenzinnen und die Schleunen Ich bin schon von mir im Leben. Ich bin schon von mir, ich bin schon von mir. Was ist es, was ich jetzt hier? Ich bin schon von mir. Das ist natürlich schwierig, aber ich bin schon von mir, dass es nicht wirklich schwierig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel zu tun habe. Nein, ich muss mich nicht interessieren, also ich werde mich nicht an den Begriff auf dem Weg geben. Ich werde mich nicht an den Weg geben. Misha, woher gehen wir? Ah, Croc Boy. Ich werde mich an den Dream-Rief gehen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ja ich war verrückt das stimmt Ich habe noch nie gesagt, dass ich nicht so viel darüber erzählen kann Ich habe noch nicht so vieles zu erzählen, dass ich noch nicht so vieles zu erzählen habe Ich habe noch nie gesagt, dass ich mich noch nicht so sehr nah an den Augenblick auf mich Das war's für mich. Aber... Ich weiß nicht... Wenn mein Papa gebeten, dass ich das kreischen. Ich habe das erste Gefühl, dass das kreischen ist. Das ist nicht ein kreischenchen, sondern ein Kompas. so 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 Ich bin hier auf dem Dreamleaf. Dann gehen wir an? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. noch mal sehen was ein dreieck ding ist ok im mondschein aus und jetzt habe ich mich dahin stimmt sie da aussehen kommt was es ist es ist es es Oh, dann, wenn du ein wenig geblasst, kannst du wieder gehen? Nein, ich werde hier sein. Und dann ist es Schluss. Schluss? Miesha, was das bedeutet? Du hast gesagt, dass du immer noch nicht weitergehen kannst. Ja. Ich habe es sicher gesagt, dass ich so gesagt habe. Deswegen, jetzt müssen Sie sich jetzt auf der nächsten Zeitpunkt bewerben. Ich habe die nächsten Zeitpunkt? Wo soll ich gehen? Ich habe immer noch geholfen, weil ich... Misha, was du? Du bist heute etwas anders. Wenn du mal so schlecht bist, Ich habe immer noch einen Krok-Trick, so wie immer. Das ist nicht notwendig. Es gibt keine Worte. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es so viele Probleme ist. Ich glaube, dass es so viele Probleme ist. weiter charakter der hier sterben wird der dritte oder vierte schon eine kleine Geschichte Ich glaube, dass sie nicht nur ein bisschen nachvollziehbar ist. Nach dem, dass sie die Weg zu gehen können, kann man den Weg nachdenken. Ich werde diesen kleinen力, den Sie sich zu lassen. Oder, den Sie sich zu mehreren. das ist eine große Überleitung. Das ist ein Klock-Trick, und das ist ein Geist. Das ist eine gute Überleitung. Das ist eine große Überleitung. Das ist eine gute Überleitung. ich habe jetzt immer diese okay und da ist der mut schon wieder weg so viel dazu der sinn davon Ich glaube, dass ich die Ion und die Pinnoconien der Zukunft von dem Gehirn verletzen wollte. Ich glaube, dass ich mich für die Ion verletzten, dass ich mich nicht verletzen wollte. Ich denke, dass ich die Ion-Pinnoconien-Pinnoconien-Pinnoconien-Pinnoconien-Pinnocon, also wir kümmern uns immer noch nicht mit dir ich bin aber jetzt werde ich bereit kollege komm her ich werde meinen hut ins gesicht wir haben einen fahrt für unseren hauptcharakter freigeschaltet netz und dauerbar der neue fahrt der harmonie freigeschaltet fahrt gewechselt die harmonie du kannst du nach der fahrt hier ausprobieren mehr über die besonderheiten alles klar cool heißt aber lange überfällig neuen fahrt hier aber harmonie ich habe schon so viele harmonie charaktere soll hat den bruch effekt aller verbinden wenn alle verbinden gegner mit schwäche bruch angreifen wird sich ja buch schaden verursacht für die waffe ich habe den hut ausgezeichnet jetzt mal kurz gucken so harmonie ich habe aber schon so viele harmonie charaktere so auch nicht boch von dem ding habe ich nichts ich bin die ganze zeit so dinge hier haben level mehr so bruch effekt sachen für einige andere charaktere aber ich habe nichts da kann man ja das mal ausprobieren kann man nicht wechseln wenn wir mal so ein haupt charakter hier in action so viele gegner geringen imaginären chance imaginär war ich brauche immer genere charaktere auch kurz meine bilder da im hintergrund an den links sieht man sparkle und links ist ja vielleicht rechtes glaube ich glühwürmchen oben rechts ist glaube ich robin erst bei dem wenn man die lanze trägt ist aus da sieht man die ganzen charaktere von jahre 6 mir schon prallt insgesamt fünf mal ab was ich weiß harmonie bleibt einfach mit dem effekt bergab den bruch effekt von verbinden mit dem effekt wenn sie einmal in gegnern statt schwäche mit einmal zusätzlich super bruch schaden vor wenn ich schwächer als gegners gebrochen wird stellt der trailblazer energie da ja ja genau genau sie bin ich die ganze haben hochleveln versuchen und an fakten zu fahren aber ich krieg einfach nichts ich glaube ich habe noch nie eingesetzt stand bei kommen jetzt irgendwie nicht so nach wir haben die charakter fordern ich bin jetzt vor das auch aber ich bin ich bin ja zu sehen vielleicht kann ich eigentlich auch nutzen will aber ich habe die noch nicht hochgelevel tempel ja okay aber ja mal habe ich bekommen weil es super war ja weil er sein ding zu aktiviert hat er war jetzt ja vorgegeben wahrscheinlich ein bisschen stärker als so jetzt müsste ich ihn aber noch ausrüsten weil ich will ihn definitiv nutze ich glaube nicht dass ich irgendwie harmonie gerade habt aber ich glaube für die story werde ich hier erst mal dass hier wurde hier zum beispiel vorgeben er wird im bruch effekt des trägers benutzt gegen jungen grad sowieso nicht also so auch mein gott davon habe ich genug bruch effekt davon habe ich genug davon habe ich genug aber ich mich fehlen so viele sachen hier aber gerade wird ja voll unter level 3 eingehen er hat schon klappen so gott bruch effekt oder imaginären schaden würde ich sagen irgendwie was jetzt hier zusammen würfeln ich habe keine bruch effekt sachen aber auch mal das ist buch effekt beteiligungen jetzt schaden quitsche ist eigentlich nicht schlecht und hat hier alles ja ich habe mich gerade nicht zur verfügung als so kritische treffer rate ja ich nehme dann so zwei ziel im bruch effekt gibt es sogar zwei sachen aber wir sind alle nicht gelandt bruch effekt bruch effekt bruch effekt bruch effekt hier habe ich nichts die sachen ja ganz zeit am fahren aber jetzt treffer hatte effekt referat ja komm ich erfährt mir noch auch hier so ein ich weiß nicht ob ich den habe ich habe sein okay das ist jetzt alles nicht so dolle und gebe ich dich hier angriffskraft hier effekt referat physischer schaden da gibt es auch sachen für bruch effekt aber habe ich alles noch nicht zusammengefahren vernünftig hier diese dinger ja ich bin ich schon die ganze zeit hier am farm aber irgendwas mit imaginären schaden ja es ist alles nicht so doll leider einer an und den hier und noch im bruch effekt bitte hier und die geschwindigkeit des trägers 145 jahr wird glaube ich nicht passiert 120 obwohl da dann tun wir unseren charakter noch mal hier ich glaube wir sind jetzt im vorletzten das ist ein dormer ich glaube von kafka ist auch ein eidolon hier anessandor mann bei der nächste frage ist jetzt wo kriegt man jetzt die dinger her um um den weg von dem charakter ja hochzuleveln die eidolon zog zu werden weil normalerweise kann man sich dann immer holen was wir nehmen anstatt sparke nehmen wir unseren hauptcharakter da haben wir noch zwei harmonie charaktere ich bin vorher endlich mal ein imaginärer charakter ich habe so wenig imaginäre charaktere also ja diese mit diesem gelben element hier oben rechts sieht man hat und ich habe nur zwei glaube ich schnell drei aber wie benutzt sich nicht so ja dr ratio und jokong die habe ich meine weile benutzt aber dann nicht mehr da würde man die eidolon zog level mir diese dinger bei diese kann man sich normalerweise durch das hochstufen der glocke statur eine sekunde kann ich glaube ich glaube nicht ne habe ich die mission abgeschlossen die gesamte erst mal weil ich glaube ich glaube ich glaube man kann die doch wieder hochladen mir so viele abenteuer lebt boom alles klar ja in zukunft wirst du nicht mal mit mir schon spielen kann ein grauhaariger freund ja ich weiß glaube ich war da schatten der harmonie oder habe ich auch noch ein stereo starrell platz bekommen sehr cool spuren des schicksals sie sind für skill hochleveln so viel geld ich brauche nicht so viel geld gemerkt in genshin so wir nähern uns hier ein ende da kann man schon vier stück bekommen cool so jetzt haben wir hier in eidolon ja das sind sozusagen diese hier aber den charakter doppelt bekommst dann wird da hochgelevelt stellte von einem fertigkeitspunkt wieder wenn die fertigkeit zum ersten mal eingesetzt wird da habe ich alle hier alle wege ihr maximiert oder da muss einfach nur die story spielen und einige andere bonus sachen machen und so ist nicht so schwierig und jetzt kommt die energie wieder herstellung des trailblazers für drei runden um 25 prozent wir sind in den seine werte 3000 ok 3000 ab hier sind nicht so schlimm aber je nachdem wie schwer was auch immer jetzt bald kommen wird sein wird könnte das gut oder schlecht ausgehen aber cool wir haben jetzt indirekt neuen charakter eigentlich bekommen so ganz indirekt wirklich cool ja möglichkeit soll es noch mit den leuten reden ist eine sache hier zum herum experimentieren ich genau so wie mit aventurieren damals ich war sowieso heute nur ein part hochladen kampf noch nicht kommt dann werde ich erst mal mein trailblazer ein bisschen hochleveln jetzt nicht maximal aber wenigstens so ein bisschen die ganzen dinger hier die traces die pfade wir haben eine große sprüche das müssen wir zeigen was wir da was dahinter steckt ich habe zu lang ich habe zu lang ich habe jetzt zum nächsten zum nächsten kampf gehen weil es noch ein ding ja fertig ein ding übrig du musst noch hier eine quest lösen um irgendwie schief zu bekommen ich glaube ich habe hier direkt wiederkommen ich muss mir mal ich war meine alten parts von den spielern anschauen wie glöbelchen da geredet hat mir kommt da immer noch sofort wird sie jetzt vollkommen anders reden ich bin auch voll ein bilder ich habe nie fest hier verhindern und jetzt kommt der und fahrt uns genau dann nach Hause hater da die italiener war noch ein bisschen schien johnny muka und de kota d'aun ein ich nicht das schicksal der rheinischen koha leder Oh, Mann. Ich hoffe, einer von ihnen ist nicht auf ewig. Oh, Mann. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, dass ich dich wieder zu sehen, in der Welt zu sehen, dass ich dich wieder zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich das ganze Zeit nicht endet. Ja. Okay Ja, er will ja sterben Ja, er will ja Et 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 Un 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 Mund Un Un Es ist nicht so, dass man jemanden nicht verletzt. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich einfach nur ein兵器. Aber wenn ich es geschafft habe, dann will ich mich als ein Mensch sterben. Ich glaube, dass ich sterbe. Ich glaube, dass ich noch nicht so weit bin. Aber ich glaube, dass alle anderen sind. ist definitiv auf der nächsten abschlussliste von charakteren die sterben werden ja dem seine krankheit neben ihren ihre verwandlung und so glaube ich also feuer gute flaggen sei denn das sind irgendwo auf dem Trommel. Ich habe schon gesagt, dass Sie so gemacht haben, dass Sie nicht so sehen können. Ich glaube, dass Sie auch nicht so lieben sind. Ich glaube, dass Sie nicht so lieben sind. Ich glaube, dass Sie nicht so lieben sind. Ich habe mich aber auch, an zu sehen, wenn ich mich so... Hm... Ich habe mich so über den 7 Menschen gesagt, weil ich mich sehr gut bei euch haben, dass ich dich ein bisschen schützt habe... Ich habe mich selbst in der Karnoginne... Ich habe mich nicht so gut in die Haubeinung... Ich habe mich in den Häusen gewonnen. Ich habe mich nicht mit dem Verlaufen, dass ich mich nicht mit dem Verlaufen hatte. Ich weiß nicht, ob ich das Schuss echte, aber ich habe mich mit dem Verlaufen und Ich habe mich mit den Häusern gewonnen. Ich habe es gut gemacht, aber ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Es ist schon mal, dass dieser Mannschaft mir gesagt hat. Ich weiß nicht, was ich gesagt hat. Ich habe es nicht gesagt, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, Michael. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesagt habe. Also sterben sie ja. Ja, eins mehr. Faut mich! Kampfe die war, ne Ija History! Kampfei! Kampfei! Wie viel Katzen kommen denn hier noch? Was hatten Sie jetzt aber mit der ganzen Situation zu tun? Und jetzt switchen wir nochmal zu Downhagen und äh, Bote, ne? Äh, äh, äh... Was soll ne Bäre sein? Hat riesige Dinge. Das ist wie ein Pfirsich. Was soll ne Bäre sein? Was soll ne Bären? Was soll ne Bäre sein? 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 Du bist nur ein? Nein. Als ich in Eorkelon war, war ein Freund. Sie war ein kleines Geheimnis. Sie wollten mich über X fliegen. Sie waren immer noch von Akibiri. Sie waren immer noch weit entfernt. Glühwärmchen? Haben die sich eigentlich schon mal getroffen? Was bedeutet das? Sie haben mich schon lange getroffen, und ich habe keine Ahnung, dass es mir noch nicht gebraucht ist. Ich habe sicher, dass sie die Verkaufung schlafen und die Verkaufung haben. Ich habe die Verkaufung gemacht. Das ist ein Zeug von ihr. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich. Das heißt, Blut verbreiten. Das heißt, Blut verbreiten. Das heißt, Blut verbreiten. Das heißt, Blut verbreiten. so dass ich schon bis zum harmonie fest im axal express ja das nicht wusste jetzt kommen sie wieder mit den zeitlupen sprachstil ja wir sind jetzt auf laufenden passieren wird wir haben einfach nur gesagt alter du bist du bist zu stark du hast den einen typen gewonnen schottet wir merken auch hier die ordnung das war ein disaster simulierte universum ausbreitung ist ab propagation ich weiß nicht wie propagation deutsch ist vermehrung okay also ich nehme ich da fahrt im simulierten universum hat schwarm gesagt ihr spiel muss daga pinoconini hanschok nocson war war warte tengai seikkataino zantonga familie no naka ist sony nacken nata ion wo fukkats saß eo toschte ihr wir müssen dieses gespräch von zu zeigen dass diese vier auch auf dem laufenden die immer sogar bett noch so dass wir noch anderen planeten von anderen karakter in general ich vergesse mal seinen namen drei system stunden bis zum harmonie fest das baten wir tun mich nicht direkt hier nicht direkt in den kampf einpacken wir sind eine stunde nur cut scenes anschauen hat noch ganz gemacht die gehen also was von zugrunde kommen so viele leute fk kommt die leute von der lobo kommen dieser planet vorliegen planeten und amata noo toll 調和させ kamini e ラバレシーン d'aukoen Ich glaube, ich denke, er ist der Ohrwacher. Aber der Ohrmacher ist da gut, deswegen habe ich mich gefahr vom RTL-MG, als Traummeister, wenn jemand anders. Nicht Sparkle. Ich habe die Endpost Musik hier. Ich glaube, es ist der Ohrwacher. Ich habe die Endpost Musik hier. Ich habe die Endposte. Ich habe die Endposte. Ich habe die Endposte. Aber ich habe die Endposte. Aber ich habe die Endposte nicht mit dir, Gophel. Ich habe die Endposte nicht mit dir geschehen. deswegen gibt es ihnen auch nicht als schwebaren charakter was keiner keine ordnungs charaktere gibt das ist wirklich ein kaltes die wir im derzeit die 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 Ich möchte noch ein paar Fragen. Ich möchte noch etwas sagen. Warum hast du dich an Pinnokonius zu retten? Wenn du in der Welt gesucht hast, dann wäre es ein besseres選nungsmögliches. Das ist eine große Sache. Aber Sie haben die Menschen gesucht, die die Leidenschaft des Lebens zu haben. Was ist das für Sie? Das ist für die Wahrheit. Wenn man die Leidenschaft in der Leidenschaft, dann wird man das Gleiche und gleiche Rettungsmacht. Ich habe mich mit dem Geist, der ich mich nicht so ausgedrückt. Das heißt, dass ich mich nicht so ausgedrückt habe, dass ich mich nicht so ausgedrückt war... Ich bin so ausgedrückt. Ich habe mich schon zuerst. ja dieses gebiet kann man erkunden zwei system stunden das ging flopp an den verkaufskassen werden jedes mal wenn ich irgendwie so eine bemerkung immer mehr zu hören was du sagst ist voll komisch okay so aber nicht mehr heute der hut des uhrmacher school haben wir noch einen erfolg bekommen ok jetzt seine reise auf pinakoni vorknick kaputt okay so den dank kann man dann aktivieren nicht nur man der schon aktiviert ja gut aber für heute machen wir dann auch mal 31 tun so kann man jetzt hier irgendwie so rum jetzt ist mittlerweile blüten kann ich kann mir kann mir sehen oder ich nehme an damit man ihr verbote bei bote herausgekommen ist er braucht jetzt glaube ich hier seine eigenen klamotten zum level und das darf ich mich aber hier noch fern da war so kugeln glaube ich ja aber ich glaube die geht man durch das event hier irgendwie so ich kann immer noch nicht machen ich muss jetzt das gesamte dinge abschließen also kotzt mich an da da oben links ist wahrscheinlich sonntag näher wie für war wetten das ja der winter gerade am laufen ist so gut ich hoffe nächstes mal wenn man sonntag aber ich bin nächstes mal müssen wahrscheinlich erst mal uns das ganze gebiet da kloppen ne so da hinkommen da gibt mir wenigstens noch zeit so ein zwei tage bodybuilder ist hilfe das schaue ich mir ausgehen dann wäre ich wahrscheinlich hier auf screen erst mal so ein paar sachen hier von unseren trailblazer kollegen hier farben ich weiß sowieso nicht weil ich moment fahren soll von der kommt mir gerade recht gelegen so hart dafür bräuchte diese schienen außer für den jene zur gegner von kampfe fünf oder mehr beträgt wird der bergab schenze ausgelaufen war ja ich werde auf jeden fall hier die sachen farm kann man ja mal machen und ja aber bevor wir in party wenden würde ich sagen ich habe nämlich hier noch sachen angesammelt der boot ist gerade in der gacha aber für ihn will ich gerade nichts ausgeben ich will noch hier für ich würde sagen für sparte für glühwärmchen ja noch ansparen aber ich habe zehn ich habe elf dinger genau ich habe gar eins bekommen kann aber ich habe hier belohnung vom simulierten universum abgeholt wird hier dieser dieser endgame modus ist immer jede woche spielen kann da kannst du immer so einen punkt kriegen und für zwei punkte kannst du ja immer so ein 1 und ticket für die standard gacha holen oder du kannst so fünf sterne nicht holen aber die habe ich schon alle deswegen ist eigentlich nur noch der ticket das einzige was ich mir holen kann so alle zwei alle zwei wochen ich habe glaube ich auch hier server genau ich habe ich habe hier einen charakteren auf level 70 oder 60 gebracht sie ja weil ich sie schon lange nicht mehr benutzt hat wenn der charaktere auf level 20 60 und 60 bringt dann kriegst du immer ein ticket und darfst du auch noch um eins bekommen und da hätte ich eigentlich machen müssen weil wir hätten jetzt eins bekommen durch die glocke statue aber nicht gewusst ne so jedenfalls wir haben noch zehn dinger hier hoffe ich krieg welt hier mit kurve auch nicht schlecht ich habe alle charaktere bis auf ihn ihn und sie und hoffentlich gehen wir mal eher fünf sterne ich weiß nicht weil ich das war fünf sterne objekte bekommen in der standard gacha aber ich habe genug punkte von daher gebe ich die jetzt aus und ja da tut man nämlich keine pt ansammeln weil das ding ist separat von den dingern von da ist egal und ja wir gehen in den standard gacha 321 gibt mir was schönes zu messen irgendwas nein vier sterne da wenigstens charakterlich benutzer es geht nein 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 okay das habe ich noch nicht verewigtes versprechen das ist ein ding den ich noch nicht habe okay das ist das was ich hier mein charakter jetzt gegeben habe kann ich auch noch mal hoch nehmen aber kein charakter leider nur ein nur zwei lichtkegel so ist das zerstörung ist das hat ja der mich ist laufige zerstörung aus irgendeinem grund nein ich hier so kommt eigentlich gerade gerechten wird eine dingen hier datier zu bekommen weil ich habe gerade das ausgerüstet für meinen charakter 56 prozent mein gott steht das ding ist aber wahrscheinlich genau für den hauptcharakter jetzt hier ab abgestimmt habe ich so gefühl 56 prozent ist eine menge bruch effekt aber kann das ding hier sagen wir mal bildchen war er ist tot so das hier ist zerstörung heute im bruch effekt ist um 28 prozent wenn der träger seine ultimate einsetzt wird die krit rat für zwei runden um 15 prozent erhöht das ist glaube ich nicht schlecht ich glaube glühwürmchen ist sogar zerstörung lass mich das thema kurz ein bisschen hochleveln damit ich habe nicht aus versehen weg baller damit ich weiß aber das ist nicht level 1 ich glaube glühwürmchen ist zerstörung ich weiß nicht ob das für sie gut ist oder so aber mir gehen die zerstörungs lichtkegel aus so langsam ich glaube dass hier wäre ich gesagt am besten für sie ne ich weiß nicht weil ja alles bruch effekt war ja warte mal braucht sie nicht warte mal ist die zerstörung sie mich auch gerade am trainieren sie ja sie ist zerstörung die bauch bruch effekt nämlich einen neuen lichtkegel nicht hochleveln kann wird dem buch weil so viel bruch effekt in letzter zeit und wir dekret rat und zwar und ich glaube das ist eigentlich das beste was man am kampf für sie ne außer natürlich fünf sterne sachen weil sie wird stärker je mehr bruch effekt sie hat wir denken so einen coolen fähigkeit also hört den von dieser einheit zugefügt und schaden in höhe von 100 prozent ihres bruch effekts bis zu 240 prozent als ihr höher ihr bruch effekt ist desto stärker wird sie ne was richtig cool ist und das ist eigentlich nicht schlecht ne cool wenn ich das ding hier oben aber dann für sie kommen wir da nur level 1 ist nur ein dann habe ich ja bei so einem level 80er kann ich finde auch jemanden noch geben die siegter träger ein gegner wird seinen krit rat für drei rund um 21 prozent erhöht weiß ich werde versuchen den hauptcharakter hier so ein bisschen zu also level muss ich ihn nicht weil er welt immer sein level egal welchen fahrt man hat und da habe ich ein fahrt man hier auswählt und aber ich werde hier seine spuren ihr ein bisschen hoch level damit seine angriffe die gelevelt sind die spuren desto besser sind seine angriffe hier zum beispiel sein normaler angriff zu jetzt noch 50 prozent des angriffskraft von seiner angriffskraft hier machen aber wenn er auf level 86 ist auf maximum da macht das 100 prozent von dem angst kraft also das sind eigentlich nur so dinge die man hier hoch level muss weiß nicht ob ich die beiden dinger schon hole weil dafür brauche ich hier diese dinge und diese sind immer voll schwer zu bekommen die kriegst du nur einmal im monat und durch events und so die sind schwierig heranzukommen und die braucht man immer hier für neue charaktere deswegen weiß ich nicht ob ich die schon direkt hole aber ich werde den rest ja auf jeden fall level so gut wie möglich weil warum nicht ich könnte mir vorstellen können ich benutzen weil ich so wenig imaginäre charaktere habe nur zwei andere und die benutze ich noch nicht mal ich habe gedacht ich krieg irgendwann mal welt dessen imaginärer charakter aber dauert ja der kommt ja einfach nicht nach hause ich wusste wie soll ich manche in letzter zeit auf screen hier fahren soll ich bin die ganze zeit relikte am fahrer ich bekomme die ganze zeit nur müll noch vollzeit verschwendung hier geht man die dinge auch übrigens aber kostet und ich habe immer nie genug um mir alle tickets und die dinger zu holen aber okay gut das war diese folge ich war mein hut und ja wir werden dann hier nächstes mal weitermachen mit 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 der story wir nähern uns glaube ich schon so langsam am ende und ja und dem aber wird die abgeben wird nicht immer ich nehme sehr stark an er oben links ist sonntag wird er sowas von sein da wird unser nächster boss sein und ja das erklärt jetzt natürlich den hut jetzt hier weil wir hier einen neuen fahrt bekommen haben sehr cool boh also indirekt haben wir einen neuen charakter bekommen was nicht schlecht ist das gezeichnet gute sage ich danke für zuschauer und ich hoffe ich habe diese folge gefallen wenn ihr hinterlasst ein abo oder ein kommentar das würde mich voll freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder ciao